Hallo und herzlich willkommen zurück beim HW zum SQ. Heute wieder eine kleine Runde Golfit, weil wir ja nicht wussten, was man sonst spielen soll. Anni, wir wollten eigentlich was anderes spielen, aber das ging nicht, weil dieses Spiel genau jetzt im Wartungsmodus ist. Ja, gerade als wir eingeloggt haben. Ja, wir haben eingeloggt und wurden sofort rausgeschmissen im Wartungsmodus. Macht das hier aber aus, Jungs, schnell! Ja, scheiße. Und deswegen jetzt wieder eine schöne Runde Golfit. Oh ja. Jawohl. Curry gewinnt, der übt jeden Abend. Ja, genau. Er sucht doch immer nur Maps raus, die er schon kann. Stimmt, der Curry hat neue Maps rausgesucht. Ja, der Curry sucht immer Maps raus. Alter, ich brauche ein neues T-Shirt, wo ich einfach draufschreibe, ich übe jeden Abend. Egal, worum es geht. Ohne Zusammenhang ist das T-Shirt echt geil. Curry, komm, wir brauchen echt einen neuen Merch. Wir brauchen einen neuen Merch. Kennt ihr dieses T-Shirt für Männer, wo unten drauf so ein Pimmel abgebildet ist? Das T-Shirt, dass man sich eine Hose steckt, dann sieht es aus, als würde der Pimmel oben rausgucken. Alles klar. Bei mir ist das gar kein Aufdruck. Nee, der triecht das immer so. Also so. Guck mal. Ah, schönes T-Shirt, dann kommen sie näher. Oh. 3D-T-Shirt so. Sehr kalt heute. Ja, geil. Geil. 15 Stokes. Geil, Tobi. Dann hören sie Music on. Alles klar. Geben wir Musik. Music is on. Inception ist am Start. Wir werden alle gestrikt. Scheißegal. Curry. Das ist ja Wurst. Ei Ei Muchacho wieder. Ei Ei Muchacho. Ei Ei Muchacho. Fuck, ich hab mir den Hut gar nicht aufgesetzt. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Ich erkenne dich nicht mehr wieder. Eigentlich muss ich mir den aufs... ich musste mir aufsetzen oder so. Ja, ja. Machen wir zurück, alle? Machen wir ganz schnell. Hä? Ähm. Alter Tobi, das ist... du musst es verstehen. Ja, das ist schon wichtig. Ich verstehe das. Ich verstehe das schon. Das geht nicht anders, Alter. Ich muss doch den Hut aufsetzen. Bist du fertig oder was? Warum haben eigentlich alle ihre Einstellungen verloren, wie sie aussehen? Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, ich dachte, bei mir wäre es wegen Neuinstallation gewesen, aber... Ja gut, ich hatte es auch neu installiert. Habt ihr gesehen, es gab hier auch Skins, ne? Pussy Panthera. Aber ich hab noch keinen freigeschaltet. Ich auch nicht. So, ich bin wieder da. Habt ihr auch eure Trailer? Aber da, Luca, fast schon alle, wenn jemand sehen will. Hahaha. Ihr seid aber noch nicht in der Lobby, ne? Ne. Ne, du musst dich einladen. Ja, kommt jetzt, wartet. Ja, ja, ja. YouTuber Sweat Dream, ah, die kenn ich auch noch, die Map. Achso. So, Inception. Host. Ja. Muss eben kurz laden, muss eben kurz laden und dann... Natürlich, natürlich. Wie ein Blitz die Einladung rübergeschossen. Geil. Gastronne 12.05. Ich habe übrigens auch eine Map, oder einen Kurs, die heißt Venus in Space. Okay. Da bin ich jetzt schon dafür. Ich glaube, damit sind nicht Würstchen gemeint, oder? Doch, natürlich. Naja, ich weiß nicht. Natürlich sind damit Würstchen. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Weiß es nicht. Wieso nennt ihr, das ist doch Golf, was... Ich mein, hat die Map dann die Form eines PS? Ich frag mich echt... Eines Venus bitte. Eines Venus. So. Äh, Treffen mach ich an. Kollision, ne? Wollt ihr ja, ne? Ja. Ja, Kollision ist immer gut. Alles klar. Aber springen nicht diesmal, ja? Oder mit? Ja. Springen ist immer gut, oder? Ja. Springen ist immer gut? Okay. Wie springen wir denn nochmal? Ganz normal mit der Lernpaste, glaub ich, ne? Was war denn Spring nochmal? Dass man hüpfen konnte, oder was? Mhm, genau, genau, genau. Hä? Da kann man geile Abkürzung nehmen, ich erinnere mich. Was soll der denn sonst sein, Tobi? Ja, weiß ich doch nicht, Curry, Quatsch, bin ich dumm. Ja, was willst du denn hier, Max Meiermann? Hä, geh doch nochmal kurz die Lobby auch zumachen, weil du irgendeine Einstellung vergessen hast. Arschloch. So. So. Oh, okay. Oh, 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 oh. Es geht los, hey. Wie war das denn nochmal? Leute, wir rollen. Wir rollen. Ja, ich mach mal gar nix. Ich mach mal gar nix. Ich mach auch nix. Alter, lass es einfach wirken. Hä, was ist jetzt los? Hä? Hä? Ähm. Ähm. Die Map hat ne sehr gute Bewertung, also. Ähm. Das ist total guselig. Was passiert jetzt? Ich bin gefangen. Ich bin gefangen im Trauern. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Guck mal. Hollywood. Ey, was ist denn? Hä? Was? Was? Inception. Was? Hä? Was? Hä? Wie ist das der Curry zuerst vorne? Guck mal, wie wir da rollen. Ja. Sombrero. Und die Musik dabei. Inception. Wahnsinn. Und jetzt? Ähm. Viele Grüße. Oh. What? What are you doing? I'm getting some fresh air. Müssen wir da rein schlagen? Ciao. Wah. Danke. Okay. Ähm. Whiii. Dankeschön. Bitteschön. Aber wo muss man hin? Ich muss meine Maus. Keine Ahnung. Tobi, bist du da richtig? Weiß ich noch nicht. Ja, doch, der ist da richtig. Ja, ich glaub auf der anderen Seite gibt's auch ein Loch. Bumm. Ja. Ja, geil. Auf geht's. Tschüss. Ah, schön. Tobi, ist alles so. Traum ist gar nicht echt. Hä? Curry, wo bist du denn? Ich bin ins andere Loch. Yeah. Ach, danke. Ich bin total verwirrt, ja. Curry, wieder ins andere Loch. Alles klar. Ja, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Was soll das? Na, der Erik ist aber nicht so glücklich da mit seinem Trail, ne? Alles klar. Ciao. Ähm. Nein. Tschüss. Okay. Was zum Teufel geht hier ab, Mann? Ich weiß gar nicht, was abgeht. Boah, scheiße. Hä? Ich bin hier hinten. Hä? Pan, was machst du denn da hinten? Äh? Ich weiß nicht. Nein. Oh, das war zu hart. Ich hätte ganz soft sein sollen. Ganz soft. Ja, mit Gefühl. Ich brauch erstmal wieder Gefühl fürs Spiel. Ja. Lass dir die Träume auf dich wirken. Boah, die epische Musik. Ah, Mann. Scheiße. Wie viele Schläge hat man nochmal? 15. Ich hab diesmal 15 eingestellt. Hey, Curry geil. Curry geil. Ja, ich hab an Tobi gedacht. Weißt du dann besser. Ich halte's Maul. Oh, oh, oh. Ist echt schlapp. Schaut die, Alter. Ich werde nicht schlappen. Ich muss wieder üben ein bisschen. Wuhu! Okay, seid wach! Ja! 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 Wo muss ich hin? Curry, mach das doch einfach nicht. Was hast du denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Wo ist denn das Loch? Wo ist denn das Loch? Warte mal. Ah, hinter dem No Wait Schild. Hä? Achso, wir müssen da durch den Wasser fallen, Leute. Ne, da kommt man nicht durch. Doch, doch. Hä? Wie? So müssen... Willst du mich verarschen? Wie, hä? Oder müssen wir einfach durch die Wand? Nein. Hä? Ich hab's hier... Hier hinter dem Holzding ist das. Hinter der Holz... Ja, hinter der Holzhütte. Innen drin. Ah, scheiße! Da ist das. Ach, ach, ach. Achso, ihr müsst auf der Bahn halt bleiben. Ihr müsst gar nicht so hart schlagen. Ihr müsst einfach nur durchrollen. Das ist voll easy. Hä? Ich werde immer gesettelt. Ich sehe zwar, wo es weitergeht, aber ich werde gesettelt. Der hatte ich gerade auch. Ja, du musst auf der Bahn bleiben. Du darfst, glaube ich, nicht fliegen. Tobi, wach auf! Es funktioniert nicht! Oh, ey. Erik, nein! Achso, wir glauben an dich! Äh, sch. Erik, scheiße hier! Oh, Erik, das war auch... Wollt grad von den... Wollt grad von den Aggro-Move machen. Oh. Scheiße hier! Warum bist du denn auch grün? Was für ein Nachmacher, ey? Find man deinen eigenen Style? Ich wollte gelb. Ich wollte auch gelb. Don't copy my style. Ja, echt, bitch. Hä? Hä? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich lande immer da oben, Mann. Mit so einem komischen Skull da oben drauf. Warum ist nichts? Das gibt's nicht! Ich mach voll sanft. Ich bin voll der sanfte Riese. Sei noch sanfter jetzt. Was? Hui! Geil, Erik. Boah, super, super. Oh nein, jetzt sehe ich aber nicht, wo ich hinschlag. Jetzt. Okay. Du kannst alles schaffen. Jetzt habe ich lauter traurige Smileys. Ja. Die ganze Zeit schon? Jetzt bin ich glücklich. Super. Richtig. Einfach ein Traum. So. Kick him. Like back him. Alles klar, ciao! Ei, ei! Wann spring? Wann spring? Tobi, pass auf, der Stuhl fliegt. Aua! Kiri, nur für dich. Ei, ei, muchacho! Der Tobi, Alter! Wow, Alter! Was schon wieder ist? Wow! Scheiße! Da muss man da drüber springen, oder was? Oh, fuck! Ähm. Was denn? Glaube ja. Kann man ins Wasser rein? Wuh! Der Pan schubst dich mal wieder runter. Oh. Ähm. Ich bin gerade in der Uhr gewesen. Danke, Pan. Komm, ich auch. Hey, was zum Teufel? Juhu! Hey! Ähm. 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 Ihr müsst übers Wasser springen, Leute. Hier. Kannst du Jesus, oder was? Komm, höher, komm, höher! Nein! Alles klar, Tobi, gut gemacht! Oh, was? Was? Pan! Hä, Tobi? Was machst du denn da? Scheiße! Nein, ich hab mich verdrückt! Oh, hä? Warum tue ich das? Was denn? Hey, Tobi ist richtig gefühlvoll. Ich hab einfach kein Gefühl mehr von dem Ball. Hä? Was ist denn mit dem... Alter, in euer Gesicht, Alter! Hey, Tobi, alter Sackaball! Wo ist denn? Kann man auf dem Kopf? Was hat er denn da gerade auf dem Kopf? Das ist ein Beil! Schlachterbeil! Aber wo ist dein Kakao oben, Tobi? Mein Kakao oben, der ist... Weiß ich nicht. Ich hab... Hatte ich einen? Ja! Okay! Wolltest du mal ein Kakao oben aufbauen? Hey, Mann, warum? Der war doch! Wow! Asch! Boah, was? Was ist das denn für eine eklige Kurve? Hä, wo bin ich denn jetzt? Achso! Das ist voll böse, Mann! Wo bin? Kennt ihr den? Oh, Mann, was? Hey, leck mich! So, lass den! Kasse Golf! Und Brettspiele! Ups! Hi Pan, was geht ab? Oh nein! Oh nein! Tobi, Schnauze! Haha! Haha, Tobi! Haha! Wah! Guck dir an, wo du da bist! Nein! Wir sind voll böse! Oh, wir stehen hier aber nicht gut! Ich muss stehen da rein! Okay, komm mit! Nein, Tobi! Tobi! Nein! Halt mich! Halt mich fest! Komm jetzt! Ich hab ein Seil! Nehm ich! Tobi, roll einfach durch! Ah! Huuu! Tobi, roll einfach durch! Tobi, roll einfach durch! Tobi, roll einfach durch! Aber die ist echt gut gemacht, die Map! Tatsächlich! Huh! Jawoll! Tobi, komm rein! Los Tobi, gib alles! Hey! Jetzt richtig drauf zu machen! Komm, richtig drauf! Zeig, was du Mann bist! Alles klar! Er ist dein Mann! Er ist dein Mann! Ey, das hat er doch voll extra gemacht! Ja, geil! Mit dem Feuer dahinten! Geil! Wettbewerbsverserung, Kovac! Danke, dass du was zeigst, Tobi! Wow! Super! Nice! Super! In den Träumen kannst du alles schaffen, Tobi! If we are gonna perform inception, then we need imagination! Alles klar! Du musst doch selber eine Map machen hier! Wuh! Wee! Ist das was? Boah, Alter, was? Wir müssen da die Wand hoch! Was? Was? Boah, wie geil! Tobi, krass! Alter, wie geil! Wie geil ist das denn? Alter, wie geil! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn gemacht? Das muss irgendwie komplett verdreht sein, dass wir denken, es sei irgendwie oben, oder? Ja! Alter, wie geil! Cool! Wie geil! Nice! Dass die Welt sich so dreht, das ist halt mega geil! Ich baue noch ein bisschen! Was machst du denn da?! Ich rolle die Map hoch! Ich rolle hier die ganze Zeit fröhlich durch die Gegend! Der klettert! Lalalala! Hä? Darf ich wieder? Darf ich wieder? Guck mal, wie einfach das eigentlich gemacht ist! Der hat einfach nur die Kamera gedreht, ne? Ja! Aber voll geil! Ja! Ja! Das ist mega geil! Es ist Inception! Ja! Hast du es geschafft! Wahnsinn! Nice birdie! Ah! Was? You must design the Matrix! Achso! Mist! Ah! Tobi! Hey! Was geht denn hier? Ist das denn richtig hier? Nein! Alter, guck mal, die Gebäude nach vorne bewegen sich! Hast du gesehen, Tobi? Okay, das ist jetzt aber echt ein Problem! Echt bewegen die sich! Ja, das ist... Tobi, das hast du jetzt ein Problem, ne? Das ist aber echt scheiße jetzt! Warte mal! Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Was ist jetzt hier? Bin ich hier falsch? Nein! Okay! Wie soll ich jetzt da hochkommen? Boah, warte! Wie hat der das gemacht? Wie soll ich da hochkommen? Ihr müsst euch resetten lassen, das geht nicht anders! Aber wie? Wie? Was muss ich tun? Ja mit R! Ja mit R! Ja! Aber wie? Was meint ihr mit hochkommen? Wo seid ihr? Ja, da bei dieser Treppe! Pan, wie bist du da hinten hingekommen? Wie? Hä? 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 Bist du einfach gerollt? Ich hab mich hier jetzt einfach hochgeschossen, wo der Erik ist! Ähm... Bei mir bist du... Ähm... Was Tobi? Wo ging das denn hin? Hä? Ich versteh nicht! Da vorne ist doch das Loch! Loi, was? Die Treppe ist gar nicht da, wenn man schnelles Tempo hat! Komm mal! Nice! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Erik, du musst resetten! Die Treppe ist gar nicht da! Die geht einfach weg! Hä? Es ist alles nur eine Illusion! Hä? Nein! Du darfst nicht jumpen, Erik! Sonst ist die Treppe... Sonst ist die Treppe da noch da! Hä? Wie? Du musst die normal fahren! Du musst die normal fahren! Ich darf hier nicht springen oder was? Ja, einfach nicht springen! Ich darf hier einfach volle Pulle dann schlagen gleich! Vertrau mir! Ich bin Leonardo di Curio! Hä? Was ist denn mit den Jungen? Hä? Siehst du? Wo kommt das denn jetzt davon her? Ich schreibe Leonardo di Curio! Leonardo! Was ist das für Magie? Wir sind in einer Inception! Wow! Wuuu! Es ist alles nur ein Traum! Aber vielleicht auch wenig! Das ist ein Traum! Nein, ein Traum! Oh, wie gemein! Hier ist noch ein... Wuuu! 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 Jawoll! Geil! So! Alle klar! Das war ja komisch! Alter, wie geil! Was denn jetzt? Oh mein Gott! You're waiting for a train! Oh, ich warte auch gerade auf den Zug! Gras! Das Spiel weiß alles! Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin in einem Auto drinnen, Mann! Ich bin irgendwo hin! Er hat ja die Textur selber gemacht! Das ist ja süß mit dem Auto! Was war das denn? Oh! Ich hab das Auto selber gebaut! Wuuu! Wuuu! Man darf hier, glaube ich, keine Abkürzung nehmen, oder? Ist, glaube ich, schwierig! Über das Auto! Ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich! Guck mal, was da im Himmel ist! Ja, ich bin noch hier! Oh Mann, ey! Ich spring mal hin müssen! Nee! Ab über das Auto! Wuuu! Oh mein Gott! Das ist ein bisschen zu weit! Okay, das geht nicht! Wuuu! Oh, das ist ein bisschen zu kurz! Oh, das ist ein bisschen zu kurz! Hopp! Pfff! Ja! Ach, was ist das denn, Tobias? Tobias! Ja, fahr ich mich auf! Äh! Äh! Mann, ey! So scheiße ist das hier! Nein, was? Das war so knapp! Hallo! Oh! Ich komm mal auch! Komm schon! Ja! Nein! Ich traube, du Wichser! Boah! Das ist mein Traum! Geh weg! Nein! Jetzt bin ich übers Auto! Wie kann ich denn so Power-Apen schlagen? Ja! Oh! Ich bin halt echt so schlecht! Nein! Achso, ja! Boah, wie groß der ist! Wie groß der aussieht! Wie groß der aussieht! Ach, scheiße! Mann! Hey, Mann! Was geht ab? Muss man auf dem Auto landen oder muss man direkt drüber? Direkt drüber! Aber nicht zu weit! Ja, genau! Nicht zu weit, nicht zu viel! Komm, Ey! Du kannst es schaffen! Mit Gefühl, Erich! Glaub an die Kraft, deine Gedanken! Ja! Nein! Hey, wo bist du? Doch, doch, doch! Ja, nein! Oh mein Gott! Hey, Tobi! Cheat! Cheat! Hey, Erich, was ist das Curry? Hä? Wieso fliege ich wieder zurück irgendwo hin? Hä? Was war das? Wie kann ich da auf Erich die Kamera wechseln an? Was war das denn gerade? Was war das denn gerade? Na, da ist Erich! Nee, ernsthaft? Das ist ein Bug! Bei mir bist du aber auch auf die Kante gesprungen, ne? Bei mir war ich... Bei mir habe ich Curry angeditscht. Ja, komm, dann schaffe ich die Runde nicht. 2, 1! Das ist aber scheiße! Ich war da! Jeder hat's gesehen! Das war ein Bug! Hä, das ist ja komisch! Ärgerlich! Ich war gerade ganz unten, Hase! Und bin jetzt ganz oben! Ja, guck mal, guck mal! Da ist eine Kurve! Ja, ärgert mich ganz ziemlich! Alter! Wer war das? Ähm, komm zu mir, Tobi! Ich wollte in die Nähe! Warte, Tobi! Warte kurz! Hey, Tobi! Hey, Tempo! Guck mal, wie süß der das gemacht hat hier mit den Autos! Wie der sich das einfach ausgedacht hat! Ich finde das super kreativ! Das ist voll schön! Ja! Die Räder sind irgendwie so Schüsseln oder irgendwas, ne? Ja, ich finde das richtig schön kreativ! Ach, guck mal, das Auto geht auf! Das ist ja nicht wahr! Das ist unfassbar! Wie schnell ihr seid? Das ist ja besser als der richtige Film! Wie schnell ihr seid? Das ist ja besser als der richtige Film! Mann, ey! So! Pan, komm mal rein hier! Jawoll, Mann! Hold in Wonder! Nein, nicht Hold in Wonder, aber Pan! Da kann sich mal... Da kann sich mal... Ey, Curry, Mann! Ich sag ja so schnell! Da kann sich... Da kann sich... Rockstar Games mal noch was abgucken hier vom Hausebisschen! Ja! Oh, jetzt will ich auch nicht mitmachen, Mann! Mann, was ist das denn? Wieso bin ich jetzt jetzt da unten? Was ist das denn? Wir können ja mal ne Challenge machen irgendwann, dass wir irgendwann... ... jeder selber ne Map versuchen zu bauen... Ja, klar! Dann sieht man das eigentlich ab, was sieht man da nicht! Tobi hat keinen Bock! Tobi ist da hinten einfach irgendwo im Schnee! Hä? Hey, Tobi, wo bist du? Hey, warte mal! Ich dachte, ihr wart ganz weit vorne! Haben wir zwei grüne und zwei rote? Hey! Wir haben voll verkackt! Ach, leck mich noch am Arsch! Hey, Tobi, was machst du denn? Du musst Gefühle entwickeln, Tobi! Zeig Gefühle! Komm, komm! Du musst an die Träume glauben, Tobi! Handherz! Hä? Curry und Tobi haben beide Herzen als Trailer und sind beide rot? Was ist denn hier los? Talk to him! He's at the bar! Ich hab keine Ahnung! Ah, okay! Oh, guck mal! Hier ist the bar! Hä, was ist jetzt los? Ab in den Aufzug! Wow! Was? Kann ich dir bar! Hui! Hä, was war das denn? Hä? Scheiße! Was? Okay, wo auch immer ich bin! Ah, da ist ein Aufzug! Geil! Wo hast du hingeschlagen, Erik? Ich hab einfach draufgeschlagen! Was? Ach, da oben ist ne Plattform, Mann! Oh, Scheiße! Hui! Alter, da musst du halt... Ich bin aufzug! Das ist voll geil! Der Ball fährt da oben hoch! Hui! Boah! Plum, 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 plum! Ich bin so neidisch! Ich spiele auch! Ich fahr mit, ich fahr mit Tobi! Los! Warte auf mich! Tobi, warte auf mich, bitte! Tobi! Tobi! Alter, wie geil! Die Tür geht auf! Ähm, wo muss man denn hin? Hä? Wieso bin ich jetzt ganz... Maaan! Hallo! Maaan! Boah! Hä? Ich will nicht! Yay! Das ist doch echt ein Witz! Hey Tobi, bleibst du mal bitte ruhig! Ne, das ist ein Witz! Mann, Tobi! Ne, du hast gerade gesehen, hätte das... Alter, was soll denn... Ne, schau so! Ja! Was war das denn? Erik, bitte! Hä? Wenn ich auf R drücke, dann blinkt mein... Mein Golfball! Du musst Gefühle entwickeln! Ja? Warte, das will ich auch mal machen! Du musst an den Inception glauben! Hey! Gott! Ah! 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 Ah, die rechte Maustaste ist doch nur der Reset! Ah, scheiße! Ah! Ah, Alter! sag einfach Arschloch du Arschloch echt was soll das du weißt doch wie habe ich das sollte nochmal gesagt ich glaube Menschen denen ich vertraue ne warte mal ich glaube den Menschen denen ich vertraue immer alles und ich vertraue dir du blöden Mann okay aber komm es war sehr lustig das war damals bei GTA auch nicht lustig als ich einer der wenigen war wenn man auf Y drückt kann man schießen weißt du da hätte man schon sehen können dass wir in der gleichen wohnung wohnen und weißt du auch gleichzeitig auf Y und so echt ja küsse ich bin immer noch auf dem ersten nicht aufhalten Gute Leistung als Maul Maja wär stolz auf dich scheiße Geil Tobi geiler Typ Alter ist doch nicht wahr der macht der macht hier alle scheiße bei mir ey der manipuliert meinen Sieg geil Tobi ist geil gut gemacht Tobi weil du verficktes Glück hattest das liegt an deinem Kacke auf dem Tobi boah geil Tobi da ist doch nicht wahr hey Tobi nein das kann doch nicht wahr das ist doch nicht wahr helft dir hey Tobi danke ich glaube Tobi ist alles aufs Standbein Alter das kann doch nicht sein Alter das kann doch nicht nein der Curry ist auch erst und der Curry hängt die ganze im Loch und lacht sich eins weißt du weil er einmal Glück hatte das kann doch nicht sein ich bin halt so aggressiv das ist so nicht wahr Alter Tobi du kannst es schaffen komm einschlag noch komm warte warte hä Tobi komm ach Zeit ist um ja leck mich doch Alter scheißspiel gefällt mir nicht Drecksmap Alter warte es ruckelt gerade oh isch los Alter ja geil oh wie cool cool oh wie cool ey warum rollt ihr denn da durch achso doch nicht sehr kreativ da hat sich echt an einer hingegen juhu Alter wie geil Hallo Hallo darf ich cool ups was ich werde mir den Sieg wiederholen scheiße wie soll ich denn da richtig schlagen ich weiß gar nicht wo ich hin Das ist Eis, Leute. Passt auf. Ich hasse alles. Nein! Ich komme nicht durch diesen Looping. Ja, das wird schwierig. Soll ich dich begleiten? Ich zeig dir mal, wie das geht. Oh Mann, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich dich wegschlage oder so. Du bist doch scheiße. So, Kerry, direkt daneben, bitte. Bitte weit drüber hinaus. Ich warte noch auf jemanden. Ich gucke mal, was die anderen so machen. Ei, ei! Da ist der Erik. Der Erik, setz her. Tobi, komm mal, komm mal rum hier. Tobi, Tobi! Ich habe die Grafik zu hoch eingestellt. Ich habe auf episch, Mann. Ja, ich habe auf episch, aber ich habe auf... Ach, das ist Eis. Ich dachte, das war Wasser, Mann. Was? Hä? Boah, Leute! Ah! Nein! Stopp! Warte, Lahn. Kuss auf dein Gesicht. Ah, da wieder Tobi. Was soll das? Ich wollte auf die Richtung schlagen. Tobi hat mir auf Steam geschrieben, dass ich das machen soll. Ja, natürlich, Curry. Mega Glaubwürdigkeits-Curry. Hey! Hä, wieso fliegen da da und Leute vorbei? Das bin immer ich. Scheiße! Ei, ei, muchacho! Ei, 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 oh! Ei, oh! Let's go! Oh Gott! It's a trap! Achso, schon wieder nächste Map. Ich wollte was trinken. Ah, Hilfe! Oh, was? Alter, das gibt's doch nicht. Oh Gott, fuck. Wieso ist da Feuer? Wieso ist da Feuer? Ernsthaft, ernsthaft. Das ist ja wohl die beschissenste Position. Was war das denn grade? Hä? Ich wollte grad richtig ausholen. Einfach nur. Das ist ja wohl die beschissenste Position, die man haben kann. Ach, leck mich doch! So! Check gar nicht. Nein! Das reicht immer noch nicht! Hä? Okay, wir wollen mal. Pan, mit voller Kraft, komm! Ja! Eins, zwei, drei! Hä, wo bin ich denn jetzt denn? Wo bin ich? Alter, Pan ist halt so scheiße. Wie? Wieso? Oh nein, scheiße! Die rollt nicht wieder runter. Das ist voll unfair. Ich roll schon wieder runter. Ja komm, ich bin raus. Ciao. Hallo! Komm rein da jetzt. Jetzt schaff ich's. Ah! Ich, was ist, was ist denn hier? Hä? Ich weiß gar nicht, was hier was ist. Jaja, lass dich einfach treiben. Warte ich ja. Oh Mann! Ist das... Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was ist das alles denn? Hä? Es geht dann irgendwann von ganz alleine. Ich bin drin. Ne, ging eng 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 eng. Warte, drück mal her. Kannst mich mal ab? Hui! Nein! Alter, kein! Nein! Nein! Los, Holborn! Erik, soll ich dich runterschlagen? Nein, bitte nicht. So, und hier hab ich jetzt grad so viel Schläge verbaucht. Ei! Sehr gute Leistung, Curry. Der Curry ist sehr vorsichtig. Er nähert sich vorsichtig den Loch. Ah, bub. Ei! 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 Es passt! Ei! Ich verstehe! Boah, das ist ne Kanone! Geil! Cool! In die andere Kanone, oder was? Ich glaub schon. Wuuu! Hä? Hä? Jetzt wohin? Oh Mann, wie gemein! Bei mir hat das nicht funktioniert. Wo bin ich? Was? Ihr müsst zur Zielscheibe schießen. Hä? Wie kam die in die Kanone? Du musst auf die Kanone einfach steuern. Hey Curry! Was hab ich? Hey Harry, was geht ab, Mann? Jetzt endlich. Huch! Das ist alles nur ein Traum. Das ist gar nicht real. Oh mein Gott. Oh oh. Oder vielleicht doch? Was ist denn hier der Traum? Vielleicht sind wir auch nur der Traum. Ach komm, bitte! Komm! Mann! Kommt hier jemand noch vorbei? Ist doch jemand unten? Was ist das zu dream? Warum? Ich dachte, ich kann hier jemand anschubsen. Puh! Ne, du wolltest da jemanden runterschlagen. Ne, ne, wirklich nicht. Ah! Okay, warte, ich brauch ne gute Ausgangsposition. Mann, du kannst hüpfen, ne? Du kannst springen, genau. Mit R. Dann du kannst mich mal. Nein! Oh, alle klar. Fahnda war das Ende. Ist das mal gut? Okay, ich hab nur 51 Sekunden. Alles ist gut. Ja, der ist gut. Wow! Wow! Alle klar? Art geht ab, ich bin... Was für ne Leistung? Immer noch Erste. Looping! Scheiße! Haha! Ich muss noch mal Looping machen. Doppel Looping! Was? Was? Hä? Was ist das da? Hä? Wie soll man da jetzt hochkommen? Oh, so? Hä? Alter, wer hat mich weggebubbt gerade. Weggebubbt? Ja, Curry! Nein, das ist ewig gar nicht gut, was ich hier gerade... Ja, Erik! Und wieso flieg ich immer weg? Ich weiß es nicht. Jaaa! Ein unseen force! Ich weiß nicht, was hier real ist. Mann! Wie soll ich denn da hochkommen? Curry, Curry ist schon oben, weißt du? Hä? Ich bin gar nicht auf der Bett! Jeden Abend! Du hast noch... Jeden Abend! Oh, wo bin ich denn? Oh nein, ich bin immer... Ich bin immer wieder unten! Hä, Tobi! Einfach voll hart dagegen, genau! So, aber jetzt ist doch hier ein Problem, oder? Äh... Ja, geil! Oh Gott sei Dank! Hier muss ich doch drüber springen, oder nicht? Nein, du musst noch mal da hoch! Ja, aber hier ist doch ein Rückwärtspfeil, der mich nach hinten schickt! Ja, der ist deswegen ganz hart! Au! Der hält sich einfach alles da, Tobi! Ciao, Tobi! Huch! Maus! Was? Hä, wie schnell machst du jetzt wieder da, Tobi? Ja, ne? Hä, hallo? Pan? Ja, Moment! Achso, da! Ähm, ich kann das Spiel nicht mehr... ...steuern! Was? Jetzt, jetzt hab ich's wieder! Hä? Du bist gefangen in deiner Inception-Wolke, das ist normal! Richtig auf den Fischwerk jetzt, ne? Hä? Pan, du musst hart schlagen! Hab ich! Richtig, richtig hart links gegen die Wand, quasi! Jawoll! Boah! Ihr könnt mich mal mit dem Hart schlagen! Keine halben Sachen, die Frau! Das war aber nicht mein Witz, das war wirklich ernst gemeint! So wie Bret Hart damals, Pan! Was? Ernsthaft, Tobi? Ernsthaft? Hey! 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 Oh, ich hab keinen Bock mehr, das geht nicht, das ist kaputt! Oh! Komm, Pan! Boah, ist so warm hier gerade! Was? 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 Was ist jetzt los? Alter, guck mal, da fallen die Türme um! Boah, wie cool ist es! Das ist voll geil! Das ist das Ende des Films! Ich kann mich genau erinnern! Wieso, wieso schlägt der mich fest zu? Warum macht der manchmal so ne Lulli schlägen? Da kommt ein Tower runtergefahren! Mann! Mann! Das ist doch zum... Wie macht der manchmal so ne Lulli schlägt? Hey Tobi! Oh Mann, das war nicht gut! Danke! Danke! Dankeschön Tobi! Wo krieg ich denn hin? Hast du dich mitgenommen? Ja, du hast mich mitgenommen, ich musste gar nicht schlagen, du hast mir einen Schlag gespart! Nein! Ab in den Tower! Leute, kommt ab in den Tower! Oh, Haus! In the middle of the street! Oh, Haus! Oh, Haus! It should be upstairs! Äh, absi... Absi... Äh... Absi... Äh... Absi... 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 Let's take the elevator! Yeah, man! Wir dürfen wieder mit dem Aufzug fahren! Geil! Komm schnell! Aber wo ist der? Wo ist der? Im Tower! Genau da! Ja! Aber ist so neben... Juuu! Bist du auch im Elevator? Ja, sicher! Ui! Ich seh' dich gar nicht! Außerdem fall' ich gleich rau'. Oh Gott! Oh Gott! Ich fall' gleich raus! Ich fall' gleich raus! Boah guck man! Oh! Die Tür geht auf! Was schön! Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott! Da ist das... Da ist das Ziel! The safe! Wow! Nein! Da ist der Greifel-Man! Wow! Hä, wo bin ich denn denn zu...? W-W-w-Wohhä, wo bin ich? Du hast mich irgendwie getroffen, glaube ich. Bitte Reset, danke. Ich weiß es nicht. Muss man da rein? Der hat eine echt die ganzen Möglichkeiten, die man hier hat, nur 25 Sekunden, komplett ausgenutzt. Krass. Ah, okay. Das Einzige, nur die Rundenlänge reicht hier, glaube ich, nicht, oder? Nicht so ganz. So zwei Minuten sind zu wenig, glaube ich, bei den Maps. Ja gut, das wusste ich halt vorher leider nicht. Boah, das Auto fällt runter, oh mein Gott! Ohhhh! Ohhhh! Was? Hä? Was? Da muss er aber genau, da muss er aber genau. Da hat mir voll weh getan. Nein, Mann, Mann, Scheiß, das war so knapp! Hey, was ist das denn, Alter? Hey, was ist hier los, Alter? Tobi hat gefurzt. Huch! Boah, okay, das ist ja super hart. Was? Was? Oh, okay. Oh, Mann, ich komm da nicht mal rein! Was zum Teufel passiert hier? Ähm... Nein! Oh mein Gott! Oh, Scheiße, fuck! Oh mein Gott! Oh, Mist! Hey, was ist das denn? Was zum Teufel passiert hier? Tobi, bitte rette mich! Aua! Warte auf, ich will aufwissen! Ihr Angeber! Scheiße, wie komm ich denn da jetzt hin? Wow! Wo sind meine Kollegen? Ich weiß es nicht! Ich seh Curry ganz weit weg! Genau! Oh, das ist gut! Und die Pan ist hier grad bei mir gewesen! Äh? Hey, Pan! What? Heul! Äh, was ist das? Time! What? Und wieso bist du plötzlich oben? Time! Oh Gott! Time is running out! Schnell weg hier! Schnell, ab ins Loch! Es wird Zeit! Oh, puh! Es wird Zeit, Freunde! Oh mein Gott! Es wär so schön gewesen! Es wär so schön gewesen! Jawoll! Wir haben's fast geschafft! Der Auftrag ist fast beendet, Leute! Was? Alter! So, wer dauert? Time together! Das ist so ewig, Erik! Bitte mach weit! Hä? Müssen wir hier nicht hin? Hä? Oh, doch nissen! Okay! Alles klar! Was? Oh mein Gott! Was? Hä? 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 Tobi willst du mich verarschen? Du fassst doch wieder... Keine Lücke, Mann! Halt dein Maul! Halt doch mal dein Maul! Was ist denn jetzt hier los? Ich versteh nicht, was hier los ist! Hey, Pan... Pan ist schon wieder im Loch drin! Gott! Ich bin hier irgendwo! Da geht hier alles von alleine! Ich mach grad gar nichts! Ja, das ist voll falsch, Mann! Wo bin ich denn jetzt? Ich bin im Fahrstuhl irgendwie, aber... Ja, ich bin auch in zwei Fahrstühlen! In drei, vier irgendwie! Oh! Du bist parallel in drei, vier Fahrstühlen? Wie hat er das denn gemacht? Von Inception das Drehding ist hier! Ach, wir sind wieder hier! Ohhhh! Was musst du resetten? Was? Ja, ich war wieder in einem anderen Fahrstuhl... Ja, ist egal, ich war falsch! Ich bin beim Ende! Was zum Teufel passiert hier gerade? Dankeschön, Failkill! Das ist eine wunderbare Map! Was? Aber... Müssen wir... Müssen wir den Zaun runter, oder was? Ja, du musst da drüber springen! Da ist ein Ding jetzt... Wow! Ja, ich seh schon, ich seh schon! Ich bin in den Laster gefallen! Wow! Oh Gott, it's a trap! We must help him! Achso, das ist eine andere Map gerade! Okay, krass! Krass! Ähm... Ich weiß nicht, was hier gerade passiert! Ich hab keine Ahnung! Ich bin jetzt im anderen Fahrstuhl... Hoppala! Das sind jetzt einfach nur die Credits, ne? Hä? Wo bin ich hier... Hä? Was passiert denn hier? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist! Nein! Hier unter den Credits sehe ich noch was Grünes irgendwie... Hallo! Ich glaub, unter den Credits ist noch... Hier, ich hab... Ja, warte, warte, das kommt jetzt hochgefahren, Pan! Ähm... Echt? Ich hab ein paar! Also, ich bin durch! Ich bin jetzt einfach hier so rumge...dingenst! Keine Ahnung! Alter, was für ne geile Map, Mann! Ich kann grad nix machen! Ich hab hier Vollautomatik gerade! Ja... Und ich bin übers Portal gehüpft! Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Automatik hatte ich gerade auch! Ja, ja, aber ich bin halt... Während der Automatik übers Portal gehüpft und bin jetzt wieder ganz am Anfang, oder was? Ja, geil! Oh, leck mich doch am Arsch! Pan hat gewonnen! Du bist aber nicht letzter! Krass! Oh, geil! Puh! Pan hat gewonnen? Alter, krass! Juhu! Was ist denn los? Ich muss euch ganz kurz sagen, bitte seid nicht neidisch! Ich habe gerade einen neuen Hut freigespielt, den Skull! Hä? Hä? Oh! Ich weiß nicht, was hier los ist! Ich hab einen Zylinder gekriegt! Schön für dich, Tobi! Ganz komische Sachen passieren hier, ganz komische Sachen! Ja, direkt noch in der Netz, oder? Ja, direkt noch in der Netz, oder? Ich hätte das Ende gerne gesehen, mit den Credits, das hätte ich gerne gesehen, aber bei mir ist er einfach in dieser Automatik über das Portal gesprungen! Du kannst doch bei mir auf den Channel gucken, wenn du willst! Das war sowieso der Fall! Nee, dein Channel ist scheiße, hab ich die abonniert! So geil, endlich das geil! Das ist ja cool! Ja, also meine persönlichen Farb- und Megabyte-Berechnungen sagen mir, dass wir an der Zeit sind, diese Folge zu beenden! Bist du komplett fertig? Bist du komplett fertig? Bist du komplett fertig? Oh, 10 Gigabyte! Dann haben wir bestimmt schon 35 Minuten auf ungefähr! Ich wusste gar nicht, dass Inception so kurz ist eigentlich, aber gut! Ja, aber das hab ich mir bei deinem Penis auch gedacht! Oh Leute! Da gibt's aber auch einen geilen Plot-Twist! Ein Plotter-Twist, Alter! Ja, dann will ich kommen! Okay, tschüss! Machen wir direkt die nächste Folge! Mit einer anderen coolen Map, der Curry hat die raus, so dass ich Curry danke! Die Map war echt voll cool! Ja, hey! Ich bin so geil! Bis zur nächsten Folge! Danke fürs Zuschauen! Und ich muss mal Fenster auf! Hier ist echt warm grad drin! Ja, ja! Was für eine tolle Map! Beeindruckend! Sehr beeindruckend!